hallo und herzlich willkommen hier ist wieder euer gamer jaco mls 22 in der nordfrischem marsch auf mein single player ja ich hatte euch ja gesagt dass das hier den häcksel missionen geht das war ja richtig gut anfang aber jetzt habe ich festgestellt dass nur noch häcksel missionen drin sind im spiel das ist ja überhaupt nicht gut ja ich habe jetzt die mission 50 habe ich jetzt 92 prozent schon abgeerntet heute ja zum lidl das habe ich schon alles dafür gefahren und gearbeitet jetzt müssen wir bis noch so weit machen das hat die 100 prozent erreicht haben da habe ich dann schon hier die bunker gefüllt in der bga erst hier schon fertig ja und der zweite da wird jetzt noch ein bisschen befüllt und verdichtet schauen wir mal ob wir wissen und passen alles dann habe ich schon ein zwei traktoren rausgenommen die von zum moment da machen den voll beziehungsweise zum post das da ein bisschen was läuft und ja wir warten hier auf den nächsten wir haben wir stück für stück hier den noch voll machen uns dann gar nicht mehr geht oder nix mal rein aus groß dann da haben wir hier und den weg fahren hinter oder zum silo genau zum silo ja und ansonsten wenn wir das skripten daraus nehmen weil das hat ja kein wert können im menü kann nur häcksel 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 minus haben wir jetzt schon mittlerweile gemacht weil ich müsste wie zum beispiel da bist du weiß ich jetzt wo sind wir da hier verdichtet den haben auch gemietet so schauen wir mal schauen wir mal haben wir gemietet ja genau ja die müssen wir so haufen gelb das machen das gibt mal und hat wir mission normale missioner machen können okay soweit ich meine punkte folgen das ist schon mal viel wert habe ich natürlich alles offline gemacht weil das zu lange gedauert hätte und da ist immer bei 93 prozent ohne schauen wir mal wie sieht es mit hühner adam kennt man wieder mal auszulegen das wird schon wir uns technisch und sehen meine ich wo die anderen alle rumfahren um ist das feld das ist ich weiter Oh. 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 Ich brauch natürlich gleich hier mitnehmen, dass du noch die Ecke hier mitnimmst. Oh. 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 Und alle langsam. Schauen wir mal, ob das... Ja, aber naja. Moment, da muss ein Teil gemacht werden. Und alle langsam. 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 Eigentlich soweit. Dann können die jetzt erstmal hier alle... Wir haben sie auf alle Fälle voll. Ja, ihr seht ja, das ist hier... Ähm, ohne eigentlich gewesen. Die kann man jetzt hier weg häckseln. Dann ist eigentlich... Ja, die auf eine Art... Machen, nein. Also soll das nicht machen. Denn dann... Nur wenn... Man häckseln gut braucht irgendwie... Das ist mir... Nicht zu... Wollen wir die 100% voll haben hier... Überlegen, ob wir dann abschließen. Die Mission oder... Wir... Äh... Weitermachen. So, schauen wir mal hier. Da ist noch nichts da. Da ist noch nichts da. Dann fängt es ein paar Ladungen noch hier ab. Und dann wärm. Da ist noch nichts da. Vom Licht her ist das hier auch... Hier. Wenn das... Da ist noch nichts. Da müssen wir uns... Anstellungen stellen. Das würde ich hier haben. Aber da schauen wir erstmal. Dann können wir ja... Die da kriegen, sieht man jetzt gerade nicht, weil es ja im Dunkeln ist. ich wollte euch auch nicht die ganze mission hier aufhalten da die ganze zeit das sehen und ja das ist okay für euch jedenfalls das wieder rausnehmen weil das hat ja geht wert und dann nur nur häckselt ein bisschen hier anschieben das zeug das ist das ist das ist das ist das ist das ist es läuft ganz gut mit der zeit habe ich das schon richtig bei mir denn gott la da jetzt hier Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich glaube den kann schützen Sonst würde es da also aufgewicht mit dem hier so dann haben wir das, ah da kommt schon der Nächste es läuft hier wie das Brezelbacken, ist eins nach andern das sieht schon gut aus finde ich schon wieder der Nächste das ist perfekt das dauert halt auch ein bisschen bis das alles abgeerntet ist 6% offen, müssen wir mal sehen, dass wir das hinkriegen perfekt aus wie die das hier abladen und so jedenfalls haben wir dann genug da für die BGA zum Befinden, die gehört ja uns schon dann schauen wir mal das sieht auch richtig gut aus, wie der Bluttreib alleine das Zeug vorzieht und alles perfekt irgendwie da ist wieder ab ohne dass ich was macht, das ist so geil bei dem hier auch, der macht auch alles, da kommt schon wieder der Nächste perfekt und dann irgendwann auch mal hier Schluss, wenn der Fall dann irgendwann auch mal hier Schluss, wenn der Fall jetzt unsere Kompass dann So long. Dann passt es auch wenn du da bist, das muss ich auch weiter machen. Bis zum nächsten Mal. 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 Aber egal das kriegen wir schon hin. Hier sind wir bei 6% jetzt. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017